Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Dealers Live. Wer die letzte Folge gesehen hat, der hat mitgekriegt, dass wir umgezogen sind. In der letzten Folge sind wir vom Geschäft Geldtempel in den Bezahlmichpalast umgestiegen. Und ich hab da einen Fehler gemacht. Ich hab da einen Fehler gemacht, der mich ungefähr 3-4 Stunden Spielzeit gekostet hat. Denn zum Ende der letzten Folge waren wir bei so 14-15 Stunden Spielzeit. Jetzt gerade sind wir bei 21 Stunden Spielzeit. Das heißt, ich hab quasi in 6-7 Stunden Spielzeit 100 Millionen aufgebaut. Nochmal zur Erinnerung, zum Zeitpunkt der letzten Folge haben wir so alle 10 Minuten 8 Millionen gemacht. Ja, das war ein bisschen problematisch. Denn zum Zeitpunkt der letzten Folge hatte ich irgendwie 8 Millionen. Ich wollte aber einfach umziehen. So, ich hatte das Geld und dann dachte ich, okay, ich zieh jetzt um. Das Problem ist nur, es kostet 6 Millionen in der Woche. Das heißt, ich hatte 2 Millionen und musste diese 2 Millionen so zu Geld umformen, dass ich jede Woche mindestens 6 Millionen hab. Und ich war da ganz oft nah dran, Game Over zu gehen. Und das war einfach ein Krampf. Das war einfach anstrengend. Und ich hab mir wirklich wieder versucht, alles von Null aufzubauen. Das war einfach so belastend. Wir haben nicht so viel Neues. Wir haben 100 Millionen. Ich hab einen dritten Restaurateur eingestellt, damit wir halt einfach immer alles reparieren können. Ich hab jetzt ein bisschen dazugelernt, dass ich auch viele Gegenstände haben will, die so 200.000 kosten. Fun Fact, es gibt ein paar neue Gegenstände. Zum Beispiel hier sowas. Oh, da sehen wir sie nochmal. Es gibt ein paar neue Gegenstände. Es gibt auch ein paar neue Kunden jetzt inzwischen. Also da haben wir ein bisschen was Neues, was wir entdecken können. Und ich dachte einfach mal, okay, ich mach mal ein Video und hol euch mal hier auf den aktuellen Stand. Und wir versuchen einfach mal ein bisschen Geld zu machen. Das mit dem Geld machen ist jetzt auch ein bisschen leichter geworden. Das war halt nur wirklich schwer von quasi Null aus Geld aufzubauen, weil du hast halt nichts. Du kämpfst halt nur ums Überleben. Du hast nicht viel Geld, um dir mal was Krasses zu holen. Und das ist einfach dann sehr, sehr belastend. In Dinoslav 2 geht es nämlich darum, dass wir Gegenstände kaufen, verkaufen und wir wollen reich und berühmt werden. Reich haben wir schon theoretisch geschafft, aber um berühmt zu werden, müssen wir im Ruhmlevel aufsteigen. Das haben wir jetzt schon soweit gemacht, dass wir Fähigkeiten verbessert haben. Ich kann es kurz einfach zeigen. Da haben wir hier alles aufs Maximum. Und du steigst sonst noch auf, wenn du umziehst. Und das letzte Mal umzuziehen hat 200 Millionen gekostet für den Bezahl-mich-Palast. Und jetzt gibt es nur noch einen einzigen Ort. Und zwar die Beletage. Und die kostet 15 Millionen der Woche. Das ist aber egal, denn sobald wir da sind, ist das Spiel eh durch. Und das kostet 500 Millionen. Das heißt, ich muss es schaffen, 500 Millionen zu sammeln und dann habe ich das Spiel durchgespielt. Und ja, ich habe dazugelernt, hier dieser Gegenstand, 260.000 hätte ich vorher weggeworfen. Jetzt weiß ich aber, ich kann den für 150.000 kaufen. Ich kann den in die Reparatur schicken und den dann für 400, 500 verkaufen. So, ich habe wirklich gelernt. So, weil wenn du einmal halt nur 2 Millionen zur Verfügung hast und teilweise sogar noch weniger und dadurch halt irgendwie überleben musst, dann lernst du halt wirklich auch, das kleine Geld zu schätzen. Und ja, ich habe, was das angeht, wirklich viel dazugelernt. Aber 6 Millionen jede Woche ist halt auch geisteskrank. Das ist halt wirklich insane viel Geld, was da weggeht. So, für 400.000. Hätte ich vorher nie gemacht, aber jetzt denke ich mir, ja, 200.000 gewinnen. Das nehme ich mit. Und ja, ich habe auch jetzt keinen übertrieben krassen Gegenstand. Die sind alle, Fragezeichen Wert, die sind alle okay vom Wert, aber es ist jetzt nichts geisteskrankes. Also im Grunde ist das das Geisteskranke, was wir haben. Ist im guten Zustand, das repariere ich jetzt auch noch. Und dann ist es vielleicht ein Wert von 10 Millionen. Das ist so das Einzige, was wirklich geisteskrank vom Preis ist. Und der Rest ist so okay. Ist in Ordnung. Wir haben aber auch gerade 21 Gegenstände, also wir sind ja ziemlich am Limit. Ich mache mal kurz hier was. Äh, ja. Wenn das jetzt für 300.000 nur geht oder so. 200.000 kaum gewinnen, aber egal. Hauptsache weg. Das hier ist übrigens, ich hasse diesen Typen. Ich hasse diesen Typen. Es wird schwerer, einen Profit beim Kauf von Gegenständen zu erzielen. Aber einfacher werden sie zu verkaufen. Ähm, der Typ kommt jetzt alle paar Wochen und bringt einfach schlechte Nachrichten. Das ist jetzt so, ich kann Gegenstände natürlich leicht verkaufen. Ich kann einen hohen Preis sagen, es wird gekauft. Aber die Gegenstände zu kaufen wird für mich schwerer. Das gibt es halt auch umgekehrt, dass es schwerer ist, Gegenstände zu verkaufen. Und wenn du halt am Hungerzug hängst und du darauf angewiesen bist, Gegenstände zu verkaufen die Woche, ansonsten gehst du Game Over, ist furchtbar. Ist furchtbar, weil der Effekt bleibt ja auch teilweise zwei Wochen. Mr. Quibble, ich hasse dich. Vor allem, was hast du für einen dicken Bauch? Mach mal mal Sport. Gegenstand, geschätzter Wert, 3 Millionen, ich kann für 7 Millionen. Ohne Witz. Wobei, der ist nicht ungeduldig, sag sogar 8 Millionen. So frech bin ich. 7,4. 7,4. Boom. 5 Millionen Gewinn, nehme ich. Ja. Ich weiß nicht, ob wir heute eine krasse Zahl erreichen finanziell. Ich werde jetzt nur eine Stunde aufnehmen und am Ende gucken wir dann, wo wir am Ende des Tages sind. Das wird, denke ich, okay sein. 150 Millionen, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Ich will einfach nur überleben. Das ist alles. Ich will überleben. Ich versuche auch mal darauf zu achten, dass wenn ein neuer Kunde da ist, dass ich das dann auch ansprechen, dass wir mitkriegen, weil die sehen ein bisschen anders aus. Wertsteigerung, okay. Wertsteigerung plus 1,3 Millionen, 9,9 Millionen ist das jetzt wert. Dealer's Life 1 habe ich übrigens 10 Stunden gebraucht, um das durchzuspielen. Und bei Dealer's Life 2 sind wir jetzt wirklich bei 21 Stunden und ich denke, wir werden so 24 Stunden brauchen oder so. Es fühlt sich nach ein bisschen zu viel an, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber na gut. Ich fordere mal 16 Millionen für den Gegenstand. Vielleicht macht er es. Macht er. Macht er. Wir haben hier die Actionfigur. 16 Millionen verkauft. 118 Millionen. Let's go. Cool. Aber es war jetzt fairerweise auch mein bester Verkauf. Ich weiß nicht, ob ich nochmal was für 16 Millionen verkaufe heute. Ich habe das Gefühl, im letzten Video war ich so gut drauf. So hey, hey Leute, 200 Millionen machen wir heute. Und heute im Video bin ich so gebrochen wie jemand, der den Krieg gesehen hat. Ich weiß, okay, das Spiel hier kann brutal und anstrengend sein. Und ich habe die Schattenseiten gesehen. Ich habe die Schattenseiten gesehen. Die Existenzängste. Weil wenn ich Game Over gehe, dann müsste ich ja nochmal neu anfangen. Und das waren ja dann auch nochmal 15 Stunden Spielzeit, die ich mir nochmal neu aufbauen musste. Und ist auch kein Spaß, nochmal von vorne anzufangen. Ich hätte wahrscheinlich die Entwickler angeschrieben und die angejammert, dass ich nochmal einen Spielstand kriege mit irgendwie 30 Millionen oder so. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ein bisschen wenig. Aber ich hätte wahrscheinlich gejammert. Das wäre meine Devise gewesen. Ich weiß auch noch, in den letzten Folgen habe ich mich immer aufgeregt, wenn einer ankam und mir halt einen Gegenstand angeboten hat für so 400.000. Da habe ich gesagt, nein, das ist zu wenig. Ich brauche mehr Gewinn. Heute bin ich froh für alles, was mir angeboten wird. Ohne Witz. Ich habe den Krieg gesehen, Leute. Der Krieg verändert einen. Zack. Ich habe damit jetzt 187.000 Gewinn gemacht, aber das freut mich. Das ist eine gute Summe. Bin ich happy mit. So, nein. Die bietet zu wenig. 500.000, krass. Weil wenn du wenig Geld hast, dann werden dir auch nicht so gute Angebote gesendet. So, als ich nur so unter 10 Millionen hatte. Die meisten Leute kamen halt mit Schrott an, der halt irgendwie, keine Ahnung, wenn überhaupt 200.000 wert war. Vierten Restaurateur einzustellen, damit wir einfach noch schneller alles reparieren können. Weil wir haben ja gerade echt ein Überangebot an Gegenständen. Oh Gott. Ah, 2 Millionen. Let's go. Nice. Und auch mit Fälschungen kaufen und so. Habe ich auch hinter mir. Ich will wieder ehrlich sein. Mit ehrlicher Arbeit hier reich werden. Ich kaufe mal das nicht. Ich kaufe mal jetzt nur die größeren Gegenstände. Zumindest solange wir halt so viele Gegenstände im Überangebot haben. Haben wir immer noch über 20? Wo sind wir gerade? 19. Okay, gut. Aber ist immer noch zu viel. Ich glaube ein vierter Restaurateur. Ja gut, aber der vierte, der wird dann halt irgendwann auch einfach nur rumgaben und nichts zu tun haben. Maximum erreicht, man kann nur drei Stück von einen haben. Gezahlt 500.000. Da ist die Reparatur bestimmt mit drin. Und ich verkaufe den jetzt für 900.000. 400.000 Gewinn mit einem relativ krassen Bildunggegenstand. Okay, der jetzt zum Beispiel ist übrigens neu. Ich glaube diesen Typen habe ich vorher noch nicht gesehen. Mit den langen Haaren aber oben halt die Glatze. Ich glaube das ist ein neuer Typ. Ich kaufe den Ring jetzt glaube ich trotzdem, auch wenn so ein Angebot kacke ist. Aber ich glaube der war neu. Wir haben halt aber konstant halt dann zu viele Gegenstände. Das ist natürlich auch problematisch. Weil die Lagerauktionen die sollte ich natürlich immer mitnehmen. Es wird schwerer sein ein Profit beim Verkauf von Gegenständen zu zählen aber einfacher sie zu kaufen. Ich hasse dich. Wir müssen jede Woche mindestens 6 Millionen einnehmen. Ansonsten machen wir Minus. Das kommt ja auch noch hinzu. Wenn wir kurz gucken. Hier gibt es ja Statistiken. Monatsstatistik. Wir haben jetzt im letzten Monat 1,5 Millionen Gewinn gemacht. Gut, wir haben viele Gegenstände gekauft. Auf lange Sicht natürlich gut. Aber das ist nicht optimal. Wenn du halt in der Woche nur so 1,5 Millionen Gewinn machst. Ah ne, das war für die Woche. Ich hätte wahrscheinlich niemals umziehen sollen. Ich hätte wahrscheinlich die ganze Zeit im 3 Millionen Ort bleiben sollen. Weil der Blut ist so nicht so hart aus. Ich sehe gerade nicht die Vorteile mit umzuziehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die Kosten in der Woche die sind so hoch. Du musst so geisteskrank viel verkaufen. Um überhaupt ein bisschen Gewinn zu machen. Ich habe diesen Punkt erreicht den ich eigentlich gar nicht mag. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar das hat diesen Punkt erreicht wo es halt wirklich Arbeit geworden ist. Wo du nicht das Gefühl hast okay ich spiele jetzt ein Spiel. Sondern das Gefühl okay ich muss jetzt arbeiten. Ich muss jetzt grinden. Das ist immer der Punkt wo ich nicht sage ja okay nicht mein Lieblingspunkt. So wenn ich das privat spielen würde hätte ich wahrscheinlich aufgehört jetzt an diesem Punkt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil dann denke ich mir ja okay 8 Stunden arbeiten ohne wirklich weil du willst ja Spaß haben beim Spiel. Du willst ja nicht arbeiten. Klar das gehört dazu. Aber was für mich den Reiz dieses Spiels ausmacht ist es ja diese krassen Verkäufe. den Gegenstand günstig zu kaufen und dann für 5 Millionen zu verkaufen. Ne macht er nicht. Und natürlich auch die Frage was gibt es nach oben hin so. Kann ich mal einen Gegenstand für 100 Millionen verkaufen. Weil theoretisch geht das ja. Theoretisch ist das ja drin. Es muss halt nur einer mal kommen mit einem krassen Gegenstand. Deswegen ich bin happy mit diesen kleinen Deals die wir hier machen. Das ist okay. Aber was mich halt echt nochmal umhauen würde wäre etwas krasses. Und nicht so Mini Sachen. Oh der Gegenstand ist neu. Der Eisbogen. 1,5 Millionen. Den haben wir vorher noch nicht gesehen. Also ich hab den vorher noch nicht gesehen. Die sind zu geizig. Ich geh jetzt runter auf 3. Werden Sie gesagt 2,27 oder sowas. Irgendwas ganz asoziales. Nein. Gib mir 3 Millionen mindestens. Nein. Gib mir 3. Was ist das für ein Witzangebot? Hau ab. Wir kaufen Gegenstände günstig. Wir schicken eine Reparatur. Verkaufen die. Jetzt verkaufen wir die nicht für eine Summe wo ich sage boah ist das viel Geld. Sondern wir verkaufen die halt für eine anständige Summe. Und dann kommt der nächste Tag. Dann kommt der nächste Tag. Dann kommt der nächste Tag. Dann kommt noch ein Tag. Also es ist einfach nur noch Arbeit. Versteht mich nicht falsch. Als Teil des Projektes will ich natürlich trotzdem das Ende sehen. Wir werden auch das Ende erreichen. Ich beschwere mich halt nur damit ihr die Hürden mitkriegt. Die man hier überwinden muss. Sagen es macht süchtig. Ich saß wirklich ganz oft dran und hab ich gesagt okay du machst das noch einen Tag und dann ist aber Schluss. So dann war der Tag aber um. Da hat man aber doch irgendwie noch einen Gegenstand gekauft der interessant aussah. Da hat man wieder gesagt ja okay noch einen Tag aber dann ist Schluss. Und dann war der Tag wieder rum und du hast dann wieder einen interessanten Gegenstand gehabt und kann sein dass ich süchtig bin nach diesem Spiel. Ich hasse das Grinden also das wir jetzt hier gerade machen dieses diese ganzen kleinen Gegenstände kaufen. Ich hasse das aber der Gedanke einen teureren Gegenstand zu kaufen motiviert mich anscheinend genug das ist so geizig da machen wir nichts. motiviert mich anscheinend genug doch am Ball zu bleiben und ich bin hier in so einer Suchtspirale gefahren. Andere YouTuber sind nach Glücksspiel süchtig ich bin süchtig nach Dealers Live 2 so das das ist meine Sucht oder nach FIFA Packs sind viele süchtig ne come on do it do it do it ja let's go 800.000 Gewinn mit dem Gegenstand für den ich 300.000 ausgegeben habe deswegen sind diese kleinen Gegenstände halt krass das wäre jetzt wiederum ein kleiner Gegenstand der mich aber sehr gefreut hat weil der Gewinn war halt sehr groß mit 800.000 ach ja der Gegenstand hier ist übrigens auch neu habe ich vorher glaube ich auch noch nicht gesehen ganz ehrlich wie ich das Spiel besser machen würde für diesen Zeitpunkt wenn du 6 Millionen in der Woche ausgibst da müssen halt auch Leute kommen die das rechtfertigen in gewisser Form weil wie gesagt ich habe das Gefühl seit den letzten 10 Spielstunden ich kriege keine besseren Gegenstände mir wird nichts krasseres angeboten 6 Millionen sehr gut ich meine ab und zu kommt mal was interessantes aber ab und zu kam auch mal vorher was interessantes das war auch schon vor 6 Spielstunden so und wenn du mehr Geld aufbaust du wirst beliebter du wirst bekannter die Bekanntheit muss dir auch was bringen die 6 Millionen die du ausgibst in der Woche das muss dir auch was bringen 6.000 gekauft für 160.000 und ist noch reparierbar das ist stark das muss ich mitnehmen es tut mir leid das geht nicht anders jetzt haben wir zwar wieder Gegenstände ohne Ende aber was soll ich tun ein gutes Angebot da kann ich nicht eins sagen ich bin wie so ein Sparfuchs ich mag übrigens das Wort Sparfuchs ich weiß nicht warum ein Fuchs als Image einfach ein Sparmensch ist ein Spartier weil eigentlich sind es doch andere Tiere die eher was sparen so ein Fuchs habe ich jetzt nicht als Sparer im Kopf der irgendwie wenn er einen Hasen tötet den irgendwie nochmal mitnimmt dann nochmal ins Tiefkühlfach legt und so da sehe ich eher andere Tiere und so ein Fuchs er macht es anscheinend sonst wäre er nicht der Sparfuchs aber sehe ich nicht sorry Fuchs sorry an alle Füchse für die gerade zugucken die sind schon 200.000 sie macht es nicht okay wir sind jetzt am siebten Tag der letzte Tag dieses Videos oh 500.000 let's go nehmen wir mit und ja danach wir haben einen Sprung gemacht vom Geld wie ihr seht wir sind bei 140 Millionen das ist eigentlich viel aber ihr müsst überlegen ich habe dafür jetzt nochmal eine Stunde gearbeitet und um dahin zu kommen dass ich in der Stunde so 30-40 Millionen mache wie gesagt ich musste 3-4 Stunden am Stück Dreck fressen um dahin zu kommen und das verkaufen wir nicht das war's wieder 6 Millionen weg weggeblutet aber gut dann würde ich sagen Leute ihr merkt es ist Arbeit ihr merkt das ist auch viel mit Frust verbunden aber ich werde das jetzt durchziehen eine Reihe so kurz vor dem Ende aufzuhören weil es einfach zu frustrierend ist machen wir nicht wir ziehen es jetzt durch und dann würde ich aber sagen Leute sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal im nächsten Video werden wir es durchspielen das wird dann nochmal für mich 5 Stunden Spielzeit dauern oder halt ein geisteskranker Gegenstand das kann ja auch sein aber gut dann sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal vielen Dank bis zu sehen falls ihr neu seid könnt ihr mal sehr gerne ein Abo da lassen dann sehen wir uns bis dahin und ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal